Hallo und herzlich willkommen auf Sternvergleich. Heute zeigen wir euch den Street Booster Energy Booster Power Station L inklusive dem 220 Watt Solarpanel. Viel Spaß mit unserem kurzen Video. Wie ihr seht haben wir eine Eingangsleistung von circa 140 Watt die Stunde. Das liegt vermutlich daran, dass die Sonne im Winter nicht mehr die Power hat, die sie im Sommer dementsprechend haben könnte. Die Power Station und das dazugehörige Paneel wirken auf jeden Fall sehr hochwertig verarbeitet. Das Paneel lässt sich ähnlich leicht aufstellen, so wie ihr das vielleicht von einem Bilderrahmen gewohnt seid. An der Rückseite des Geräts haben wir noch eine LED Leuchte. Diese lässt sich in drei verschiedenen Stufen einstellen. Es ist leider nicht im Video erkennbar, aber wir haben in circa 84 Minuten 11 Prozent der Power Station komplett geladen. mit einer LED Leuchte des Geräts. Untertitelung des ZDF, 2020